Der letzte war ja einfach der Killer, alter Schaffen wir noch eine iRacing Highlights Chat? Ja ne, ich will eigentlich sehen, was hier passiert ist So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Irgendwo da drinnen in diesen Highlights soll ich wohl sein, ich lass mich überraschen. Es geht mit Nesca schon gut los oh you're all good and this guy about got landed on look at this what the fuck what the fuck he thought he had the wrecked mist he thought 16 x 2 this will be my last one he thought he had the wrecked mist and I just land oh no oh come on I don't know I don't know I don't know I don't know oh my god I don't know oh my god I'm going to what 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 alright calm relax 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 do kot buy me fuck fuck B***h, du... B***h, du bist ein j***er, B***h. Du bist ein j***er, B***h. Ein j***er, B***h. Ich glaube, er ist nicht so zufrieden mit der gesamten Situation. Nee, Mann, das ist ein j***er B***h. Oh, nein. B***h, ich... Ach, ich... B***h. Und der kommt ja nicht über die Linie? Alles klar, ich bin der letzte B***h. Ja, ähm... Er ist nicht über die Linie gegangen. Oh, no! Oh, Monster im Regen, Turn 1. Wird gut. Er lebt. Er lebt immer noch. Wow! Wie gut! Crash avoidance hoch 10, Junge. Oh! 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 Der Urbinder! Oh! 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 T One! Oh! 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 offering an Das ist so annoying. We were... Which position were we in? Like 6 side? 6 side? Maybe? Right? Oh boy. Oh no! Oh come on! Oh come on! Oh come on! Oh come on! We're dead. Oh no! We're getting a bit of peace. With the 7-3. GTPs, sorry. Go ahead. A lot of GTPs, careful. Peace, peace, please. Peace. Peace, please. The poor ones. I have to wait. I have to wait and this... And this... Well... Hasta luego, GTP. Hasta luego, GTP! Oh no! Es que de verdad. Oh, I get the wrong again when I'm coming here. Eres malo, Janik, con ganas eh. Eres malo con ganas, Janik. Eres terrible, tío. Es que hasta que me has dado eh. Venga, tiramos. Okay. Try to... Apa, mira como se ve ahí este. Hijo de puta, me pasa la mierda. Okay. Okay. Übertreibs halt nicht? No, no. Formula drift. Okay, das war jetzt wirklich impressive. Oh nooo Solid effort Nichts weiter Oh nooo Why are we checking up so damn much? That's why we go here's mine Alright What the hell I fuck to him dude What? I was just Why interpretations Ok that's where I was so ill cience What the Hell Are you Doing That looks like everyone Oh mein, das hat nur nicht mal angefangen. Kann der so noch fahren? Das ist ja auch ne wilde Strecke ey. Oh my goodness. He just had the bonnet flying in his face. Hopefully I can make driveable setup before. Holy shit man. Oh, that's so unangenehm, wenn du mittendrinne bist am Faden und auf einmal so was passiert. Okay, was ist das hier für ein krasses Zeug? Mit Buttons und dem... Wie passiert so viel auf dem Bildschirm? Ich weiß gar nicht wo ich zuerst gucken soll. Das ist das. Ohhhhhhhhhh. Die auf der Leere. Uh, nope. Okay, Herr Guven, sorry. My bad. Apologize. But at the end, sorry, my bad. I mean, what do you want to do at the end, do you know? I don't really know what to do here, man. I don't want them to fight, but they are fighting. I want them to catch P1. Yo! No! I don't understand. I'm going to catch the car. I don't understand. Oh, there were 4X. Fiatl! Kurwa! Oh! Polnische Kollegen. Oh, my bad. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Hahaha. Das war wohl die Rache für den Dive oder so? Oh god, die haben sich beide noch getroffen. Hahaha! Hahaha! Ah, gut geht's, gut geht's, gut geht's! Ich muss... Ich muss früh auf den Räumen hochladen! Schon auf den f***igen Räumen, du lässt mich nicht auf die Räumen hochladen! F***ig! Dieser Mann ist f***ig retard, Mann! Was er macht? Full flat out into the corner! F***ig... F***ig, Mann! A Boxing 1, 11 Oookay? 52.472 Estiro la vida, total tengo Quédate a la izquierda Despejado Lado derecho Despejado a la derecha Coche a la derecha Despejado Coche a la derecha Despejado Coche a la derecha Despejado Dos por uno Oh, Mazda! Rein in den Mazda! Oh, oh! Stimmung neutral! Nope! Sorry! Yeah! Come on, Mann! What are you doing, Panty? Still the treaty driving Car on your left Stay on the right Stay on the right Stay on the right Still there, on your line Still there, on your line Son of a bitch Still there Guys, I wanna apologize in advance But I have a feeling tonight I'm just gonna lose my shit in one of these races Play car ahead What the fucker? Also, I think Reverb G2 is still the way to go Ich bin sehr froh Dass ich selber irgendwann gesagt habe Ich fahre nur noch Spaßrennen Sehr froh Super VR Oh quirk Und los Yeah, the latency And like I said On that Oculus is too much Nochmal? War glaub ich nicht so'n guter Tag War glaub ich nicht so'n guter Tag War glaub ich nicht so'n guter Tag Nope! Green flag, green flag Okay Okay Lead? Still there, hold your line Left side Oh shit Woah Woah, that's was Go right You're in the middle Three one Ha ha Elipno Elipno Woah Oh my god Oh my god I don't know I don't know This is really hard This is really good Oh, in this point Sorry, what happened What happened? What happened? Oh no What happened Dude, they were coming to the Controller Dinger. Die gehen da immer rein mit den Dingern. Ey, wenn du das nicht fährst und das nicht einschätzen kannst, sieht das echt ganz schön wild aus. What am I supposed to do? Nix. Einmal. I'll let you go, Johnny. Oh, ich weiß nicht. Hoch, runter, hoch, runter. Was soll ich jetzt machen? Oh. Oh, ich glaube, er hat's. Oh, you idiot. Oh, you idiot, dude. Watch out. Lol. Okay. Einfach mal so. Oh, was kommt jetzt? Oh, was ist das? Pardon, 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 tío. No, ich habe eine Intention, tío. Wrecking intern, one. Pit road is closed. Led the seven. Carbide. You had the position when the yellow flag came out. Warum ist denn das da drinne? Da ist doch nichts passiert. Da ist doch nichts passiert eigentlich. Oh oh. Für den Crash war ich auch. What the fuck, Alter? Der letzte war ja einfach der Killer, Alter. Hauptsache einfach, ja, nö, liften ist nicht, Junge. Ich gehe einfach, ich gehe durch. Komplett entsorgt. Oh Mann, ey. Ach ja, die Highlights sind einfach immer wieder schön. Die sind einfach immer schön. Die sind einfach, ich gehe durch.